Kalifornien, 40 Kilometer südlich von Los Angeles. Die Zukunft des Motorsports hat bereits begonnen. Die Stromboliden der Formel E zischen über den legendären Stadtkurs von Long Beach. Mehr als 20.000 Fans strömen zur elektrischen Formel 1. Bei bis zu 230 kmh feiten Rad an Rad Stars wie Nick Heidfeld, Bruno Senna und der spätere Gewinner des Rennens, Nelson Piquet Jr. Dieser ist Fan des Safety Cars, des Hybrid-Sportwagens BMW i8. Mit dem i8 hatte ich bei Filmarbeiten für unseren Sponsor Qualcomm jede Menge Spaß. Er ist unser Safety Car und ein großartiger Hybrid. Für so einen kleinen Motor ist seine Leistung immens. Als Safety Car führt der futuristische i8 die Elektro-Renner in Long Beach durch kritische Rennphasen. An seiner Seite der kleinere BMW i3 im Einsatz als Medical Car. Neuartige Mobilität für die Straße und der wegweisende Motorsport Formel E, das passt zusammen. 40 Autominuten weiter nördlich. Los Angeles, Beverly Hills, Hollywood. Die Traumfabrik für Menschen aus aller Welt. Aber die Metropolregion L.A. erstickt im Megaverkehr. Staus und Smog gehören zum Alltag. Kalifornische Petrol Heads haben nichts als PS und Hubraum im Sinn. Dagegen sind sogenannte Early Adopters bei Umwelttrends stets vorne dran. Eine Lösung für beide Gruppen, die Motor Kult und grünes Denken vereint, ist das Safety Car der Formel E. Der dynamisch sparsame BMW i8. 362 PS Systempower in 4,4 Sekunden von 0 auf 100, trotzdem nur 2,1 Liter Normverbrauch. Was trauen konservative Powerfreaks dem futuristischen Saubermann zu? Beim Roadtrip durch Los Angeles trifft der innovative i8 auf Octane-Junkies mit ihren Porsche 911, Chevy Corvette oder getunten Bikes. Oldschool testet das New Age der Mobilität. Zunächst herrscht Neugier, Zurückhaltung und Skepsis. Vermeintlich konservative Petrol Heads treffen auf die Mobilität von morgen und kommen vielleicht doch auf den Geschmack? Der Power-Mix aus Elektro- und Benzinantrieb überzeugt offenbar. Liebhaber von Big Block Power und V2-Bikes sind beeindruckt von der Hybrid-Technologie und dem dynamischen Fahrverhalten des BMW i8. Nach ihrer Testfahrt stellen die Petrol Heads erleichtert fest, die neuartige Mobilität bietet weiterhin den heiß geliebten Fahrspaß. Nicht nur im Smog geplanten Los Angeles eine spannende Lösung für die Zukunft.